Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was ganz Besonderes, denn ich probiere mal ein neues Format aus. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle schon den Felix. Der Felix macht mit mir zusammen den Podcast im Fokus. Und wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt einmal im Monat mit einem Gast zusammen, aber vielleicht können wir uns auch einfach zwischendurch mal ein bisschen unterhalten, ein bisschen Smalltalk machen. Und damit wollen wir heute starten und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Könnt ihr uns also gerne direkt mal unten in die Kommentare schreiben, ob wir sowas öfter machen sollen. Heute ganz spezielles Thema Diskussionskultur im Internet. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Fotografie-Schnack. So kann man es nennen. Ja, wir haben uns heute als Thema rausgesucht, Diskussionskultur im Internet. Das ist so ein Thema, was mich schon relativ lange beschäftigt, weil ich merke irgendwie, und das ist jetzt erstmal mein komplett persönliches Empfinden, dass seit einigen Jahren die Diskussionen im Internet und vor allem bei Social Media, bei Facebook und auch bei YouTube und so weiter sehr schnell sehr abdriften, öfter mal aggressiv werden, keine anderen Meinungen akzeptiert werden. Wie siehst du das? Naja, das ist ja grundsätzlich, glaube ich, kein Problem der Fotografie-Branche, oder? Nein, 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 das ist was Generelles, ja. Ja, ja, genau, genau. Aber ich meine, du bist dem natürlich auch nochmal krasser ausgesetzt, weil du natürlich deine Nase im Video einer breiten Öffentlichkeit zeigst. Deswegen, denke ich, betrifft dich das wahrscheinlich tatsächlich mehr als mich, weil ich mich tatsächlich aus, also von Social Media so ein bisschen aus solchen Themen raushalte, die sich so ganz, oder die so krass polarisieren. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Ja, eben genau aus dem Grund, weil es irgendwie, der Ton wird rauer, die Anonymität des Internets bietet natürlich schon die Möglichkeit, sich da irgendwie auszulassen, ohne selber quasi der Person, die man beschimpft oder mit der man diskutiert, sich quasi von Angesicht zu Angesicht treffen zu müssen. Und dadurch wird es natürlich immer krasser. Jetzt auf die Fotografie bezogen würde ich sagen, dass es da halt immer diese zwei Pole gibt zwischen den Puristen, die möglichst ihr Raw-Bild quasi zeigen möchten und denen die Neoluministen, glaube ich, nennen die sich. Oder nennt man das? Den Begriff musst du jetzt nochmal ein bisschen genauer erklären. Naja, ich weiß nicht. Der Alexander Otto, unser Kollege aus dem Landschaftsfotografie-Podcast, benutzt diesen Begriff tatsächlich ziemlich oft. Das sind halt die Leute, die in der Nachbearbeitung noch relativ viel künstlerischen, ja, ihre künstlerische, ja, du weißt, was ich meine, ne? Also wie man so schön sagt, es sind, die soll man da nicht reine Fotografen nennen, sondern eher so, wie nennt man das denn? Bildbearbeiter. Ja, Bildbearbeiter oder Picture Artists, irgendwie sowas in der Richtung. Digital Artists vielleicht. Digital Artists, genau. Wobei ich ja schon finde, dass es einen Zwischenschritt gibt zwischen Digital Artists und jemandem, der einfach nur ein bisschen sein Bild halt aufhübschen möchte. Ja, voll. Also für mich ist ein Digital Artists, das hört sich für mich eher so an wie so ein Bildcomposer. Sowas, was der Matthias Schweighofer zum Beispiel ganz gerne macht. Ja, genau. Also sowas in der Richtung. Fremde Elemente ins Bild mit reinsetzen. Ja, genau. Sowas halt. Oder der Uli Steiger, der macht das ja auch sehr gerne. Aber da ist man halt, aber es gibt immer nur diese zwei Pole so zwischen, also zumindest in diesen Diskussionen so, ich mache gar nichts. Oder ich benutze nur Lightroom zum Beispiel, weil das ist das einzig Reale. Und dann gibt es quasi noch die Abstufung, ja, ich baue meine Himmel ein und was weiß ich und noch ein gestreiftes Einhorn, was auf einem Regenbogen reitet oder so. Also in dieser Diskussionskultur gibt es irgendwie nur diese zwei Extreme, dass es aber auch Fotografen dazwischen gibt, die halt einfach nur das, was es schon im Bild gibt, quasi nur noch herausarbeiten. Die werden dann ganz oft halt auch schnell in diese Digital Artist Ecke gesteckt, obwohl sie ja eigentlich, eigentlich nur das Optimum aus ihrem Bild rausholen wollen. Hast du selber Erfahrungen damit, dass jemand unter deinen Bildern sowas kommentiert, von wegen du bearbeitest zu viel? Nee, tatsächlich nicht. Früher war es so, dass im Vergleich zu Stefan habe ich tatsächlich so ein bisschen weniger gemacht. Also da musste man sich halt immer so ein bisschen vergleichen lassen. Klar, wir hatten natürlich oft ähnliche Bilder, gerade so in der Anfangszeit. Stefan Hefelder meinst du jetzt? Sorry, ja, Stefan Hefelder. Muss man ja wieder zusagen. Muss man ja, so viele Stefans. Es gibt ja inzwischen, wir kennen uns, wir kennen inzwischen so viele Stefans in der Fotoszene. Ich habe irgendwie den falschen Vornamen genommen. Meine Eltern haben den falschen Vornamen ausgesucht. Ja, oder den richtigen, je nachdem. Ja. Da musste man sich dann natürlich schon vergleichen lassen. Wenn einer ein bisschen mehr macht und so, und dann hieß es, ja, der macht mehr, du machst weniger, gefällt mir aber mehr eigentlich besser und so. Aber jetzt direkte Angriffe, deswegen habe ich jetzt noch nicht bekommen, obwohl ich mich jetzt auch schon eher zu den Leuten zählen würde, die ein bisschen mehr Arbeit in ihre Nachbearbeitung stecken. Aber ich finde auch, in der Fotoszene geht das noch einigermaßen. Wobei, also ich stelle fest, ich habe zum Beispiel eine relativ große Facebook-Gruppe. Da sind über 30.000 Menschen drin. Und da geht es halt auch um Fotografie, Bildbearbeitung. Und diese Gruppe dient halt zum Austausch und sie dient halt zum Lernen. Und auch in dieser Gruppe stelle ich als Administrator immer wieder fest. Zum Glück ist das Team inzwischen von Administratoren und Moderatoren ein bisschen größer geworden, weil alleine schaffst du das einfach nicht mehr. Aber da stellst du immer wieder auch fest, dass es immer wieder Leute gibt, die sich einfach komplett im Ton vergreifen. Und da denke ich mir dann auch immer so, würde das auch so passieren, wenn ihr voreinander stehen würdet? Würdet ihr das dem auch so ins Gesicht sagen? Dann fragt man sich auf der anderen Seite wieder, okay, vielleicht interpretiert man das jetzt auch falsch, weil es steht nur dort. Man sieht nicht Gestik und Mimik dazu. Vielleicht meint er das ja auch mit einem Augenzwinkern. Aber es ist sehr schwierig. Und man versteht, man kann das schon oft sehr negativ verstehen. Und dann frage ich mich immer so, woher kommt das? Woher kommt immer so dieses grundsätzlich Negative in solchen Beiträgen? Wenn jemand eine vernünftige Frage stellt, was durchaus eine Anfängerfrage sein kann, die vielleicht auch schon 10 oder 20 Mal in dieser Gruppe gestellt wurde. Und ja, natürlich kann man die Suchfunktion nutzen. Aber warum muss dann, warum muss darauf überhaupt reagiert werden? Warum kann man es nicht einfach überlesen und den Leuten das Feld überlassen, die Bock haben, darauf zu antworten? Ja, ich wollte gerade fragen, hast du wirklich den Eindruck, dass das immer unbedingt Absicht ist, dass es so rüberkommt? Ich meine, Ironie zum Beispiel funktioniert im Internet ja auch überhaupt nicht. Nein, das ist ja genau das Thema. Also ich kann mir auch vorstellen, dass nicht immer alles so hundertprozentig ernst gemeint ist. Aber das ist eben genau das Problem im Internet. Ja gut, man könnte mit Smilies irgendwie noch arbeiten. Aber selbst so ein Swinker-Smiley wird ja dann auch manchmal, kann man ja auch so und so verstehen, so nach dem Motto, jetzt der Oberlehrer und kann man ja immer so und so interpretieren. Und das ist ein ganz schwieriges Feld. Ich habe letztens, habe ich die Doku gesehen auf Netflix, das soziale Dilemma, irgendwie so heißt das, den genauen Wortlaut kriege ich nicht mehr zusammen. Ist auf jeden Fall eine Dokumentation, so eine Art Film, wo es auch darum geht, wie die sozialen Medien generell unser Leben verändert haben. Kannst du dich noch daran erinnern, als es noch kein Facebook gab, was man da so gemacht hat? Den ganzen Tag über, meinst du? Ja. Ja, na ja, da hatte man irgendwie noch keine Smartphones, da ist man nicht immer gucken gegangen, was es gerade so Neues gibt. Irgendwie so gefühlt war der Tag da doppelt so lang. Das ist definitiv so, ja. Gut, früher, bevor ich Facebook hatte, gab es SchülerVZ und dann gab es noch ICQ. Ich meine, das waren ja so die Vorläufer, mit denen man ja damals auch schon irgendwie relativ viel Zeit totgeschlagen hat. Und ehrlich gesagt, ist es, finde ich, für unsere Generation relativ schwierig, da ein Resümee zu ziehen, weil wir sind genau in dieser Zeit so groß geworden, wo das überhaupt aktuell wäre. Also ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, ein 6- bis 7-Jähriger spielt lieber draußen im Garten oder mit seinen Legosteinen, als sich vor einen Rechner zu setzen. Bei uns war es aber, wie Sie sagen, waren 14, 15, wo das so langsam interessant wurde, mit anderen Leuten zu interagieren und so. Also wir sind da halt voll reingewachsen. Es wäre interessant, was zum Beispiel unsere Elterngeneration, was die so den ganzen lieben langen Tag gemacht haben. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, also wie du schon gesagt hast, das ist erst so mit 14, 15 wirklich aufgekommen. Ich weiß noch, ich kann mich noch relativ genau daran erinnern, wo ich mich so die ersten Male ins Internet eingewählt habe, damals noch mit so einem 56K-Modem, wo das dann auch so ewig gedauert hat. Und damals hat man noch so Browser-Games und so weiter gespielt. Genau. Und hat dann immer eine Minute ... Ja, wer kennt das O-Game noch? Schreib es in die Kommentare rein. Wer ist alt genug, um dieses Spiel noch zu kennen? Oder Inselkampf. Kennst du Inselkampf? Nee, das kannte ich nicht. Das war so ähnlich im Prinzip. Musstest du auch andere Inseln quasi kolonialisieren? Bei O-Game hatte ich tatsächlich mal eine ziemliche Auseinandersetzung mit einem der Administratoren, weil die nämlich einen Kumpel von mir gesperrt haben. Und dann haben wir alle ... Er hat dann alle seine Freunde angerufen, so, ja, ihr müsst jetzt alle dem Moderator oder diesem Admin da irgendwie schreiben, dass er mich wieder entsperren soll und so. Und dann haben wir den wüstbeschimpft. Äh, der arme Kerl. Aber ja. Aber das waren so die Anfänge im Internet irgendwie so. Ja, das stimmt. Ich weiß aber auch noch ziemlich genau, wie es davor war. Davor hatte man einfach wesentlich mehr Zeit am Tag und hatte einfach mehr Zeit irgendwie so gefühlt. Also ich meine, natürlich, der Tag hat 24 Stunden, aber so gefühlt war es einfach so, dass ein Tag wesentlich länger gedauert hat, weil man sich nicht die ganze Zeit von sozialen Medien hat leiten lassen, weil nicht immer jede Nachricht aus Usbekistan top aktuell gerade auf dem Smartphone auftaucht, sondern da hat man um 20 Uhr die Tagesschau geguckt. Und dann war es das so, ja. Und dann hat man die Nachrichten vom Tag gesehen. Ja. Und das war es dann aber auch wieder. Und jetzt ist es so, du bist dauerhaft online. Also, musst ja nicht unbedingt am Bildschirm sein, aber du bist trotzdem dauerhaft online. Dein Smartphone ist in der Hosentasche und du hast immer alles top aktuell da. Du kriegst eine Push-Benachrichtigung aufs Handy. Und es ist schon irgendwie alles sehr viel schnelllebiger geworden. Und ich glaube, dadurch sind die Leute auch so ein bisschen, ja, von der Grundstimmung her ist es einfach auch alles ein bisschen anders geworden. Ja, ja. Das ist, was ich auch schade finde, ist, dass es dieses kreative Langeweile eigentlich gar nicht mehr gibt. Weil du sitzt, also wie oft sitzt man am Tag da und tut tatsächlich mal nichts? Also, man schaut ja dann meistens schon aufs Handy so. Und irgendwie dieser Prozess von, ich setze mich jetzt einfach mal aufs Sofa und plotz Löcher in die Luft, das gibt es ja fast gar nicht mehr. Nee. Und das war aber, ich finde, daraus ist früher schon irgendwie viel entstanden, bevor ich ein Handy hatte. Und, also, ich habe damals auch tatsächlich bewusst, bis ich 22 war, kein Smartphone gehabt. Oder 21, sorry, 21. Davor war es ein normales Handy einfach, oder? Ja, genau. Weil ich da halt, ja, also, keine Ahnung, ich wollte da auch, ich hatte da keinen Bock drauf. Ich hatte auch, bis 18 war kein normales Handy. Okay. Aber hast du es davor auch nie ausprobiert und immer nur bei anderen gesehen, dass es blöd ist? Oder hast du eins gehabt und hast dann gesagt, nee, will ich nicht mehr? Nee, ich habe das einfach nie, ich habe es einfach nie gehabt. Und, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht war es auch so ein bisschen, so ein bisschen dieser Anspruch, ich will individuell sein und ich brauche sowas nicht, um sich da so ein bisschen von der Masse interessanter zu machen. Keine Ahnung. Aber... Hast du in der Zeit schon selbstständig gearbeitet? Nee. Nee, nee. Okay, das kam also später. Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass, wenn man selbstständig ist, eine Firma hat und da arbeiten muss, dass man schon irgendwo auf so ein Smartphone auch angewiesen ist, damit man E-Mails beantworten kann und so weiter. Klar. Also man kommt ja leider nicht mehr wirklich drum herum. Also wenn ich jetzt heute sagen würde, jo, ich entferne mein Smartphone aus meinem Leben, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, in Zukunft mit Kunden zu interagieren, das Geschäft am Lauf zu halten. Aber weißt du, was ich schon, was ich krass finde, ist, ich meine, also diese Nebenwirkungen dieser Diskussionskultur sind ja auch, oder mit diesem Internet, mit dieser Schnelllebigkeit, ist ja, dass du immer erreichbar bist. So gleichzeitig, finde ich, gibt es aber auch einen totalen Sittenverfall. Also wie viele Kunden, ich höre das auch von ganz vielen Kollegen, es einfach nicht mal mehr für nötig halten, zum Beispiel auf ein Angebot zu antworten. Ja, auf jeden Fall. Also weißt du, da ist man so die ganze Zeit erreichbar, wird, Entschuldigung, zugeschissen mit Nachrichten die ganze Zeit, aber kriegt es ja trotzdem nicht auf die Reihe, mal vernünftig auf irgendwas zu antworten, weil man völlig abgelenkt ist von allem. Ich vermute, dass es was damit zu tun hat, dass es halt einfach too much ist so. Ja. Und dann finde ich es eigentlich tatsächlich sinnvoller, man sagt, okay, man hat jetzt halt feste Bürozeiten so und in denen ist man erreichbar und muss nicht die ganze Zeit 24 Stunden am Tag irgendwelche E-Mails beantworten, sondern dann sagt man, okay, von neun bis zwölf bin ich an meinem Rechner, da kann ich E-Mails beantworten, dann bin ich von zwölf bis 13 Uhr halt nicht da. Also es ist halt, ich finde es auch irgendwie so ein bisschen eine Unsitte, dass das auch immer verlangt wird, immer erreichbar zu sein. Das ist tatsächlich so, ja. Das hat ja auch der Stefan Hefele im Podcast erzählt. Also wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht gesehen habt, guckt da gerne nochmal rein, aber er hat ja auch erzählt, es wird quasi von den Agenturen und von den Kunden verlangt, dass du immer erreichbar bist. Und das macht es ja dann auch aus, dass er dann als Fotograf dann halt auch oft genommen wird. Aber sehe ich genauso. Das ist halt, ja, ich finde dieses Verlangen danach, dass man 24-7 erreichbar sein muss, auch ganz, ganz schlimm. Und ich habe mir das auch vorgenommen und habe das teilweise auch umgesetzt, dass ich nur einmal am Tag E-Mails beantworte zum Beispiel. Klappt auch nicht immer. Manchmal ist es direkt früh am Morgen, manchmal ist es auch erst später am Abend. Aber ich will auch nicht, ich komme auch voll aus dem Rhythmus raus, wenn ich alle zehn Minuten irgendwie in mein E-Mail-Postfach gucken muss und dort die aktuellste E-Mail beantworten muss. Dann hast du ja auch gar nicht mehr die Zeit und die Kreativität irgendwie für was anderes. Das ist so, ja. Dann kommst du immer wieder aus dem Rhythmus raus und kommst gar nicht richtig zum Arbeiten. Ich meine, es spricht ja, so wie Stefan das auch, also Stefan Hefele das erzählt hat, spricht ja auch gar nichts dagegen. Ich meine, die verlangen ja nicht, dass du fünf Minuten, nachdem sie die E-Mail geschrieben hast, haben, dass du darauf antwortest, sondern es geht ja nur grundsätzlich darum, dass wenn er jetzt mal drei Wochen zum Beispiel im Ausland ist, dass er da natürlich schon irgendwie erreichbar sein muss. Aber ich glaube nicht, nicht, dass es darum ging so, du musst sofort zurückschreiben, sondern eher so im Sinne von, okay, wenn du mal nicht da bist, wäre es aber trotzdem gut, wir haben dich als Ansprechpartner. Und da, finde ich, spricht ja nichts dagegen. Also wenn ich jetzt mal weg bin, dann kann ich mir ja trotzdem irgendwie eine Stunde am Tag Zeit nehmen und mich um mein Business-Kram kümmern. Theoretisch schon, ja. Also es ist ja auch so, du wirst ja mittlerweile auf so viel, es ist ja nicht nur E-Mail, du kriegst ja auch mittlerweile auf Instagram, kriegst du Nachrichtenanfragen, dann über den Facebook-Messenger, dann vielleicht noch WhatsApp. Also ich verliere auch tatsächlich sehr schnell den Überblick über, wo schreibt mir wer und wo muss ich wem noch antworten. Es kommt vor, dass ich super viele Leute einfach vergesse. Und es tut mir dann auch voll leid. Aber ich lese dann so was. Und dann gibt es teilweise auch die Nachrichtenanfragen, die ich dann teilweise, also da kriegt man dann keine Benachrichtigung, dann kriegt man die nicht mit und dann sieht man so, oh shit, vor zwei Wochen hat mir hier jemand eine wichtige Anfrage geschrieben. Ja. Das ist mir auch schon vorgekommen. Das ist natürlich dann ganz ungünstig. Das ist sehr ungünstig, ja. Ja. Aber so generell, ich habe leider so ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze, ich will nicht sagen Internet, aber diese sozialen Medien leider einen sehr negativen Effekt auf uns haben seit einigen Jahren. Und ich hoffe einfach, dass das in Zukunft sich so ein bisschen wieder in eine andere Richtung wandeln kann. Ich weiß nicht genau, wie es funktionieren soll, aber es wäre schön, weil durch diese Schnelllebigkeit, jeder ist immer unter Stress, jeder steht immer unter Strom, glaube ich, kommt sowas auch, dass man dann schneller mal eine Antwort schreibt, die eigentlich, die man so im realen Leben nicht von sich geben würde, wenn der andere vor einem stehen würde. Und dadurch entstehen dann oft auch Sachen, die eigentlich völlig unnötig sind. Vielleicht hat aber das tatsächlich auch so ein bisschen, also Einfluss sozialer Medien und so ein bisschen, weil es ja auch den Narzissmus fördert. Und wenn ich jetzt jemandem so eine super neunmal kluge Antwort hinknalle, in der ich vielleicht auch noch super sarkastisch bin und vielleicht ein bisschen ekelhaft, dann bedient das ja auch meinen eigenen Narzissmus, weil ich mich daran aufgeile oder mich besser fühle, wenn ich jemanden niedermache, weil ich dann größer wirke, so. Ja klar, ich meine, das ist ja so generell sowieso, auf sozialen Medien postet ja jeder sowieso nur seine positiven Seiten. Ja. Oder das, was er gerade positiv macht. Ich habe noch nie jemanden, oder noch nie, ist übertrieben, aber ich sehe ganz, ganz selten, dass jemand mal schreibt, mein Tag war heute scheiße. Beziehungsweise er postet irgendwas, wo er nicht gerade am Pool steht, mit einem Cocktail in der Hand, Sonnenbrille auf, 30 Grad draußen, Leute, das Leben ist toll. Das sind doch die meisten Fotos, die man auf Social Media sieht. Das ist so, ja. Und genau deswegen verharren ja auch so viele Leute auf Social Media, weil man dort wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Alltag flüchten kann, aus seinem eigenen Alltag, der vielleicht gerade nicht ganz so toll ist. Definitiv. Und man sieht, man kommt in eine Welt rein, wo es Positivität gibt, zumindest die Beiträge an sich, und man kann sich da so ein bisschen selber reinversetzen und sagen, oh, das würde ich auch gerne mal wieder machen. Und dann holt man sich so ein bisschen, will sich so ein bisschen Inspiration wahrscheinlich auch holen, wie das Leben sein könnte. Aber das Problem ist, es ist halt alles fake. Es ist halt nicht so, dass bei jedem immer nur das Positive da ist. Und ich kann euch versprechen, die Leute, die nur positive Fotos auf ihrem Profil haben, da ist 50 Prozent davon halt auch negativ eigentlich. Das zeigt man halt nur nicht. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn jemand mal irgendwie was Negatives oder so in Social Media postet, dann denkt man sich gleich, oh Gott, der will ja nur Aufmerksamkeit. Ja. Also so, keine Ahnung, oh, mir geht es heute so schlecht und so, oder ich habe das und das und keine Ahnung, so. Ja, weil es halt, das ist halt auch wieder so ein Usus, es gehört halt nicht rein in Social Media, was Negatives, ne? Ja. Weil halt jeder gewöhnt ist, dass es da nur die positiven Seiten des Lebens gezeigt werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, finde ich, dass sowas halt generell vielleicht auch einfach nicht in die Öffentlichkeit gehört. Also keine Ahnung. Ja, nicht unbedingt das Negative, aber so im Sinne von, wenn es mir jetzt irgendwie schlecht geht oder so, dann habe ich doch nicht das Bedürfnis, ich zumindest nicht, das einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sondern dann rede ich mit mein Freund und meiner Familie. Ja, aber vielleicht ist es auch ein bisschen falsch formuliert. Ich finde nur dieses extreme Positive, ich bin gerade im Urlaub und so weiter, das ist halt, das bildet halt nicht den Alltag ab. Weißt du, ein normaler Alltag, bei 99 Prozent der Leuten sieht doch aus, man sitzt gerade im Büro, man bearbeitet E-Mails und so weiter, aber das siehst du halt auf Instagram nicht oder auf Facebook, sondern du siehst halt immer nur, wie man gerade irgendwie den Berg erklummen hat, wie man im Urlaub am Pool steht, wie man gerade in einem Flugzeug sitzt und auf die Malediven fliegt oder solche Geschichten halt. Hashtag läuft bei mir. Und ja, aber das ist doch, sag ich mal, 0,5 Prozent der Lebenszeit bildet doch das ab. Ja, ja, klar. Der Rest ist halt langweilig oder halt auch manchmal negativ. Aber das wird halt nicht gezeigt. Und das ist halt so, das, glaube ich, macht viel mit der Psyche eines Menschen. Naja, logisch. Da gibt es ja auch tausend Studien dazu, dass Social Media tatsächlich Depressionen fördert, weil man sich ja auch konstant irgendwie so vergleicht mit anderen. Ja. Und dann siehst du da so, okay, jetzt liegt der schon wieder, wie du sagst, auf den Malediven am Strand und ich sitze hier in meiner Büro klitsche und ja, muss schuften so. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Leute, ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare reinposten, wie ihr das Ganze seht. Habt ihr selber schon Erfahrungen gemacht? Wahrscheinlich schon. Mal so eine Diskussion gehabt zu haben, wo man sich so überlegt, wäre die jetzt auch so gelaufen, wenn man sich im echten Leben so gesehen hätte? Also da sind wir sehr auf eure Meinung gespannt. Ich denke mal, das ist ein Thema, wo man nicht abschließend jetzt zu einem ganz bestimmten Ergebnis kommen kann, sondern es ist einfach so ein Prozess, der wahrscheinlich ewig weitergehen wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wo es sich hinentwickeln wird, aber ich hoffe, dass es sich ein Stück weit irgendwann wieder bessern wird. Bin ich auch mal gespannt. Wir sind jetzt auch tatsächlich ganz schön abgeschweift. Wir sind ziemlich abgeschweift, ja, das stimmt. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch und wie gesagt, wenn ihr Bock darauf habt, dass wir öfter mal sowas diskutieren, dann gerne unten in die Kommentare damit. Wir wünschen euch eine weiterhin schöne Weihnachtszeit, hoffen, dass ihr gut und gesund durch den Alltag kommt und dass ihr trotzdem ein schönes Weihnachtsfest genießen könnt. Und nicht so viele Negativ-Kommentare bekommt. Und nicht so viele Negativ-Kommentare bekommt, genau. Ihr könnt auch gerne bei mir im Online-Stormer vorbeischauen, da ist ein neues Video-Training erschienen, einmal zu Lightroom für Fortgeschrittene und jetzt ganz aktuell sogar noch ein Video-Training zu Lumina AI, was jetzt gerade neu rausgekommen ist. Und ihr seht es auch hier wieder, T-Shirts und Hoodies von Landscape Hunter sind auch mit am Start. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Ansonsten, Felix, wo schaut man bei dir vorbei? Webseite? Felix-Röser.de Genau. Instagram. Instagram. Felix.Röser. Exakt. Dann könnt ihr, wenn ihr Wandbilder sucht, bei der Kollektion Wiedemann vorbeigucken. Da gibt es meine Bilder exklusiv als Feinart-Prints. Wenn man die heute noch bestellt, kommen die noch zu Weihnachten pünktlich an? Ich meine, die müssten noch kommen, ja. Ja, cool. Aber gut. Also, Leute. Heute ist natürlich heute. Heute ist heute, aber dieses Video wird heute online kommen. Ach, heute tatsächlich? Ja, das wird heute noch online kommen. Uh, okay. Gut. Also, wenn, dann müsst ihr euch beeilen. Dann gibt es vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk von Felix. Also, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Und viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.